Na, wo gehst du noch hin? Spazieren. Du gehst alleine spazieren? Nein, mit Melli. Du erinnerst dich aber an das Gespräch, das wir hatten. Ja, tue ich. Ich treffe mich draußen mit meiner Freundin. Alleine. Und dass du mir versichert hast, dir seien alle neuen Regeln bekannt? Daran erinnerst du dich nicht mehr, oder? Niklas, es gibt eine Ausgangssperre. Für Personen aus mehr als einem Haushalt ist es untersagt, sich nach 22 Uhr draußen aufzuhalten. Papa, bitte. Das Risiko wird doch nach 10 Uhr nicht größer. Niklas. Wir sind schon verabredet von daher. Nein, du wirst dich an diese Beschränkungen halten, Niklas. Niklas, diese Maßnahmen sind dazu da, um genau solche Leute wie uns zu schützen. Leute wie dich? Ja, es geht ja nur um meine Gesundheit, die auf dem Spiel steht. Wir können morgen früh essen, dann könnt ihr euch treffen. Aber ich möchte nicht, dass du heute noch das Haus verlässt.